Wilde Tiere, jahrtausendealte Bäume, glasklare Flüsse. Im Westen Kanadas gibt es sie noch. Eine Natur von unbeschreiblicher Schönheit. Den temperierten Regenwald im Tauber Valley. Doch dieses Gebiet ist bedroht. Gigantische Kahlschläge zerstören den Lebensraum für Tiere und Pflanzen. Aber du kannst das verhindern. Sei dabei bei der Wilderness Team Challenge am 24. Juni 2016. Gemeinsam wollen wir zum Schutz eines einzigartigen Wildnisgebietes rennen. Und so funktioniert es. Lade deine Freunde und Kollegen ein. Ihr könnt in Teams von bis zu vier Personen antreten. Im Vorfeld der Team Challenge sucht ihr euch Sponsoren, die einen selbstgewählten Betrag pro gelaufener Runde spenden. Denn gemeinsam wollen wir zusammen 60.000 Quadratmeter unberührte Wildnis schützen. Dieses Geld fließt direkt in den Schutz von temperierten Regenwäldern in Westkanada, den Weltmeistern im Speichern von umweltschädlichem CO2. Die Kosten für den Lauf übernehmen unsere Sponsoren. Somit kompensiert ihr zusätzlich euren CO2-Jahresausstoß. Die Wilderness Team Challenge ist dein Dank an die Natur. Die Wilderness Team Scholarship Die Wilderness Teamamps Die Wilderness Team Wrap